hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft baumtech mit simon und mit klimm wer ist klimm du musst dich sagen wer ist 2player wer ist 2player wer ist günther das ist das darüber auch ein great world plan post zu gucken ich habe nur noch vier minuten 44 vielleicht alles in strips sogar nur ja ja der selbst immer am strippen ja ein hardcore stripper ja was los ich bin hardcore stricker es tut mir leid ich werde nicht noch einmal geboren werden sauber sauber cool superfett bau doch in die richtung blöd arsch also ich mag die microblocks ja wirklich gerne manchmal gehen die mir einfach nur voll auf den senkel ich habe jetzt so viele great world teile das ist man hat man kriegt immer so viel davon wo kann man eigentlich mal einstellen dass man automatisch die sachen in seinem inventar gelegt bekommt so das sieht gut aus wie meinst du ja das sieht echt gut aus das habe ich jetzt nicht so ganz wenn ein item wenn dein item leer ist dass automatisch das nächste reingelegt wird ach so ja das geht bei normalen blöcken nur die microblocks die raffen das nicht ist ja ekelhaft du bist ekelhaft ne du bist nicht ekelhaft Leute es tut mir leid wirklich so und hier kommt dann mit steinboden natürlich weil das ist ein badezimmer äh ich will das jetzt davor mhm so woraus hol ich mir jetzt ne couch das hat gut funktioniert aus dirt aus dirt oh geil jetzt auf meine couch aus dreck ich hab ne couch aus dreck ich hab ne couch aus dreck ich hab ne couch aus dreck was da drin ist dreck scheiße so hier möchte ich auf jeden fall meine badewanne haben ja weil ich möchte gerne eine badewanne haben die möchte ich gerne aus hast du noch äh ender ne ähm quarts äh nether quarts ja ne warum hab mich alles für cables aufgebraucht du pisser pisser und die zeit gehört dir haben wir was anderes weißes white ich möchte das aus quarts haben du könntest ja normales quarts benutzen ja wo krieg ich das her von unserer festung genau das hast du gut bemerkt simon dankeschön ähm ich weiß wo ihr das graue herbekommt aus dem lecker aus dem nether so induction furnace ne da will ich mein jetpack nicht reintun nicht nein ist ja langweilig das ding ist echt die solarzellen hauen es echt raus ey hier haben wir schon korrekten wohnzimmer vor allen dingen korrekten wohnzimmer oder warte fack das loch kriegt das rein bei uns scheiße komm direkt im wohnzimmer jonge schnell flick das loch sonst kommen die fliegen rein oh das war nicht gut geflickt da haben wir ganz viele mücken in unserem haus oh nein oh nein ich brauch davon auch noch den knöp oh nein ich brauch davon auch noch den knöp mücken style den knöp ah simon was das loch ist größer geworden was ist größer geworden du mein anus nein das loch eigentlich mein anus welches loch so wir haben kein loch mehr sieht zwar ein bisschen scheiße aus aber ist mir grad egal so ich fahr jetzt flieg jetzt mit meinem jetpack rüber ausdreck meine freunde oh guck mal unsere hauptnäne das kabel sieht übelst scheiße aus simon ja da kommt so ein kleines kabel das kann man jetzt nicht da drauflegen also ich finde an den mikroblocks da könnte man schon noch ein bisschen was patchen um direkt noch was auszusetzen an den dingern boah ich komm da manchmal nicht klar wie mit der orientierung von den blocks ne wir haben natürlich kein einziges quarz mehr was gibt es denn noch hier marble marble ja marble ist auch weiß marble marble brick nehm ich ich will doch nur ne fucking couch bauen du Hure ich will doch neu spielen oh oh ich tu doch nix ich tu doch nix ich tu doch nix hör dich nur du Hure würdest du das geklärt haben ja leute ich weiß nicht wie oft ich noch mit Sipst aufnehmen werde AU du Hure he 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 voll die baumhaus stadt wo hast denn du da jetzt gebaut Sipst wo ist denn deine inneneinrichtung nicht funktionieren Mark hä Sipst wie hast du das geschafft dich das da so so zu machen wat wie wat wo hä ja das die da so 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 quer sind du brauchst nen block dahinter ja wie gesagt ja deswegen hab ich immer nen stack dirt dabei musst du einfach drum herum bauen und das dann da dran anpassen ja das ist ein bisschen kacka warte hast du das so gemacht oder so oh jetzt hab ich schon wieder ist Reign schon wieder Regen jetzt bei mir aus aber die Bäume tropfen noch die Bäume tropfen du tropfst auch gleich aus deiner wie es betont war geh mal pennen ja ist los die selber pennen Penner so das kommt auch noch da rein jetzt geh ich runter und platziere die Türe Hallo ich lieg hier schon es geht nicht wolltest du nicht den halben Part über hier mein Bett aufnehmen wo 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 ist dein Bett ich will dazukommen Zuhause ja da passt doch nur einer rein ist doch langweilig hab ich ja auch gedacht ich will aber gar keinen Spaß haben sieh mal sollen wir zusammen in mein Bett gehen ja komm gehen wir zusammen in dein Bett ja komm nur Humu oh ich will da keine Microblocks platzieren sind ihr beide jetzt ins Bett oder wo ich nicht damit mehr so sieh mal am 9.9. hab ich gehört wird das neue iPhone angekündigt hab ich auch gehört und am 4.9. wird das neue die Motorola 360 richtig angekündigt ja wenn die cool wird hol ich mir die ich hol mir die auch wenn die ja dann brauchst du aber ein Android Handy ne wenn die nur mit Android funktioniert also die Motorola 360 wird nur mit Android funktionieren ist ja schon klar ich wette da wird das Wachen soll für iPhone geben alter das funktioniert mit Android Wear ja und Android Wear ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß gut dass wir das geklärt haben völlig ohne sch AAAAAH schreien Mann ich brauch hier Mann ich brauch hier so nen scheiß Geländer dann zieh ich mir jetzt erstmal einen an Was, die sind jetzt... Oh, Zipst, ey. Seriously, hör auf damit. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen wegen dir. Die hat sich geschämt, am Leben zu sein. Das ist mir doch der Hurensohn schuld. Alles der Hurensohn schuld. Herein. Ja, ich hab ein Stick. Tja, bei Simon klingelt gerade wieder die Mama. Hallo, Simons Mama. Wir nehmen gerade auf. Ist gerade schlecht. So. Oh, draußen reißt jemand irgendwas ab. So, ich baue jetzt eine Badewanne. Willst du dann auch da hinkommen, Zipst? Ja. Und was hat deine Mama gesagt? Ich soll leiser sein, die wollen schlafen. Was? Wir haben... Schauen wir mal auf die Uhr. Halb vier. Halb vier, die wollen schlafen? Der Mittagsschlaf. Hallo, steht auf. Gänze Nacht. Gänze Nacht, ja. Gänze Nacht. Musst du mal fragen. Mama, ja? Gänze Nacht? Nachtstyle. Gänze Nachtstyle, ey. Ja, hättest du auch gerne, ne? Das ist von uns stylisch. Ich mach mir jetzt auch eine weiße Couch, auch wenn das voll ekelhaft aussieht. Ey, meine weiße Couch sieht cool aus. Kennst du Sperma? Ähm. Klar sieht man eine weiße Couch cool aus, du Arsch. Nein. Sag ja. Nichts denkst du nur. Du denkst... Nichts. Du denkst. Oder du denkst, ja. Dass du dir denken denkst, dann denkst du falsch. Und das denkt der Gedanke, das ist der Denken, das ist der Denken. Also denke, die gedacht zu haben. Denke, die gedacht zu haben. Ja, das ist superfett. Superfett. Ich hab ne Badewanne. Superfett. Wenn die fertig ist. Okay, Wolle weiß... Ja gut, eigentlich mit, mit, äh, einer Schere abbauen, aber YOLO. YOLO. Das juckt, juckt den Patrick einfach gar nicht. Und das war der Sipste, der das gesagt hat, ne? Ist okay, verwechsel uns ruhig. Ich weiß. So, hier haben wir dann noch ne Holzwand. Ja, hast du... Huch, das ist ja Patrick. Hallo. Patrick. Hallo. Entschuldigung, ich wollte nur das Holzding abbauen. Hey, das ist mein Holzding. Ja, da muss aber jetzt was anderes hin. Mein Holzding ist immer noch so jung. Ich hab eine so wunderschöne Couch jetzt, ne? Wunderschön. Patrick baut einfach Wände zwischen uns. Ja, ja. Was? So viel liegt dir also an mir. Tschö. Fick dich. Tschö. So viel liegt dir an mir. Tschö. Roffelkopter, eins, zwei, drei. So, jetzt komm ich hier nicht mehr raus. Ey, wie viele Sachen hab ich auf der Schatten... Ich komm nicht mehr aus der Badewanne! Ja, dann musst du da drinnen jetzt einweichen. Du weichst gleich was anderes ein. Hier war ich dann nochmal so, weil... Das sieht cool aus, so. Weil das ist cool. Das ist ja auch cool, so ein Whirlpool-Ding. Aber es ist ja eine Badewanne, deswegen mach ich das hier nochmal zu. Meine Mama hat gesagt, das ist cool. Deine Mama hat gesagt, sie will schlafen gehen. Lügt doch nicht. Das stimmt. Das stimmt. Nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, sag ich, hallo, sie sind komisch. Wenn die fragt, warum, ja, sie gehen schlafen, wenn es keiner tut. Und seit wann siehst du meine Mutter? What the fuck? Wie, seit wann siehst du meine Mutter? Letztes Mal war es noch das Duzen. Ja, dann sag ich halt, hi, du bist komisch. Lügt die einfach nicht. Ne, so ist das blöde. Ja, finde ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ne, haben wir ja schon gesagt. Kannst du sie nicht auch noch erfinden? Klar kann ich das. Kann alles finden. So, da, man! So, da ist meine Couch, so. Ach, das ist kacke, warum? Weißt du, was du nie mehr finden wirst? Was denn? Jungfäulichkeit. Die ist weg. Die ist weg! Leider, leider habe ich sie nicht dem Simon geschenkt. Ja, das hat mich sehr gekränkt. Ja. Also eigentlich bräuchte ich jetzt noch schwarze Wolle, weil wir haben ja nichts zum Färben, ne? Ich habe schwarze Wolle. Aber nicht viel, glaube ich. Diggerwolle. Junge. 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 Ich kann dir gar nicht sagen, auf wie viele verschiedene Weisen deine Aussage gerade falsch war. So. David, auch noch so. So. Ich habe gerade David schon schon. Ich habe voll die Chiller-Couch jetzt, ja? Voll die Chiller-Couch. Da passen vier Menschen drauf, oder acht. Und ich mache, komm, mach ich sie zu hier. Komm, mache ich die Kacke zu. Die Kacke an Dampf und Dipp und Dipp und Dipp. Guck mal, was du hier so machst. Okay, hier hast du jetzt deine Treppe nach unten. Oh, sehr schön. Da ist da eine Badewanne? Ja, noch nicht. Ich versuche gerade noch, die cool zu bauen. Aber das soll eine Badewanne werden, ja. Da kriegst du schon kein Wasser rein. Da soll auch kein Wasser rein. Was? Das ist eine Fake-Badewanne. Wir sind Gamer, Sipps. Da soll auch kein Wasser rein. Ihhh, Wasser. Ach. Lass doch mal vor vorstellen, wenn du selbst in Wasser. Ekelhaft. Achso, du bist hier immer noch zugange. Gut, ne? Wie lange das dauert. Ja, richtig ekelhaft. Mikroblocks sind voll toll. Mikrokoks sind auch toll. Ja, nur weil du einen hast. So. Wie einfach gesagt. 2 Millimeter Nachkampfstachel. Ja. Okay, jetzt brauche ich noch schwarze Wolle für so einen supercoolen Flatscreen, wie du den auch hast. Der ist cool, ne? Ja. Habe ich auch zu Hause. Ich brauche den einfach bei dir ab. Jawoll. Achso, okay, mit Stormbrick Panels hast du das gemacht. Colored Wood Planks. Ja, cool, hä? Ich habe es Simon gemacht, mach mir die mal. Dann hat er mir die gemacht, dann war ich glücklich. Wie macht man die denn? Mit, weiß ich nicht. Mit Color. Ne, ernsthaft, mit Color und Wood. Ja. Nein, wirklich, jetzt ohne Scheiß. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Ich habe noch zwei Strips am Start. Voll Strips? Soll ich auch mal für dich strippen? Ne. Wat? Was? Simon, soll ich für dich strippen? Ja. Okay. Du machst das immer so im Vortiz. Meine kleine Schwester will heute die Ice Bucket Challenge machen. Ja. Ich werde sie nicht davon abhalten. Sie wurde nicht mehr mal nominiert. Sie wird es trotzdem machen. Es gibt schon blute Menschen auf der Welt. Und es ist schade, dass meine kleine Schwester dazu zählen muss. träumen pollst. Däh. 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 So. Oh, scheiße, wir müssen aufhören. Nachher kriegen wir Copyright Stride. Stride. Stride mit der Gamer. Wir brauchen irgendwie... Wir haben keine Farbe. Wo sollen wir denn Farbe herhaben? Dann brauchen wir doch Inksex für oder nicht für schwarze Wolle. Wir brauchen für Farbe doch Inksex. Wir brauchen für Farbe... Entschuldigung. Ja, hatten wir auch. So, das ist jetzt eine coole Badewanne, Leute. Das sieht doch mal schnieker aus. Wir haben keine Ink mehr. Und... Ja, okay, da... Dann hab ich die alle verbraucht. Wir haben nur noch drei... Das werd ich auch noch auswechseln. Kann doch nicht sein. Manchmal ist das Leben schwer, selbst. Ich will jetzt Inksex haben. Manchmal gibt das Leben dir keine Inksex. Ich hab noch Codewood-Wool-Dinger, ne? Ist zu wenig. So. Ich weiß gar nicht, wie viel du hast. Sag einfach, ist zu wenig. Toll. Jetzt haben wir hier voll viel gebaut. Ich raste halt in meinem Gebäude aus als Zack-Projekt vorbei. Ja. Blöd, ne? Ja. Simon, Alter. Seriously. Mir ist ja eigentlich scheißegal, was du in der Aufnahme machst. Aber bitte fang nicht an zu rülpsen, ne? Dunger. Das war eigentlich auch nicht absichtlich. Einfach... Entschuldigung, war nicht absichtlich. Macht's nicht besser, aber irgendwie, ne? Merkst du schon. Ach, das ist doch scheiße. Es haben ja keine... Viechers zum Töten. Das. War da unten ein schwarzes Schaf? Ne, das ist doch... Mäh. Au. Ja, Leute, ich weiß, dass ich Hunger habe. Das müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Au. Wer haut mich? Ich. Au. Selbst nur auf. Ich muss nicht hauen. Okay, ich brauche echt was zu essen. Aua. Hat jemand von euch was zu essen? Ja, ich habe 50 Steaks. Ich hätte gerne so viele. Oh, ich habe noch 64 Cookt Fisch. Cockt Fisch. Cookt. Cookt. Hast du noch Laternen, Simon? Äh, wenn wir noch Laternen haben, dann ist er Ruhe. Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Ins, 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 Laterne, ins, ins... Entschuldigung. War wieder der Dubstack-Remix von der Laterne. Warte mal, sind die genau parallel zueinander? Ja, mache ich mir jetzt hier eine Hängebrücke hin. So, ich mache mir jetzt hier... Ach so. ...ein Eimer Water. Water. Ich suche nur noch Wasser. Wo haben wir denn Wasser? Wasser-Style. Boah, hör mit deinem scheiß Style auf. Ja, nur weil du keinen Style hast. Der Style hat so ne Mal... Obst du ein Stier? Shredded Steel. Der Jugendstil. Was ist das denn hier? Was ist denn hier das da? Ja. Ey, ich habe jetzt das Geländer fertiggestellt. Sehr schön. Auch wenn man auf das untere einfach drüber laufen kann, denke ich gerade. Ich habe ein Geheimnis gefunden, Leute. Au, au! Das ist doch egal. Au, du blöder Penner! Hör auf mich anzugreifen. Habe ich irgendwas, um dich zu bekämpfen? Nein. Warte, dann gucke ich mich jetzt hier noch geschmeidig um. Schieß ruhig auf mich. Kein Problem. Macht mir nix. Juck den einfach nicht. Und tschüss. Also ein Hängebett kommt da hin. Hängebrett! Äh, Bett. Eigentlich brauche ich ja Wasser-Style. Da oben ist Wasser. Boah, Wasser-Style. Hallo, dange. Das muss ich nur noch nach oben finden zu den Baumhäusern. Was ist das denn da? Aha. Ich habe etwas gefunden, meine Freunde. Was denn? So, Sips, jetzt kann man da oben auch nicht mehr rüberfallen. Hm. Nichts. Ah, ne, da brauche ich andere Dinger für, Warte mal. Das ist immer so anstrengend, zum Baumhaus zu fliegen. Aber von außen sieht das jetzt echt cool aus, muss man sagen. Also, im Gegensatz zu Sipsbaumhäusern, schon gut. Ich weiß nicht. Warte, habe ich Covers dafür? Ja, doch. Den Leuten war gar nicht so schlecht. Das ist auch noch weg. Und dann bauen wir hier. Ey, da habe ich ja in dem Part gar nichts geschafft. Ich bin fast nur rumgeflogen und habe gekauft, was ihr so macht. Ja, kannst wieder gucken, komm, weil ich habe jetzt mehr gemacht. Ich bin jetzt, äh... Okay, danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Warum DE? Weil er Deutscher ist? Hast du dem nicht zugehört? Hä, ich denke, du bist Deutscher jetzt. Kannst du mal bitte bei einer Story bleiben? Nö. Marsch und Winner, Fickdick! Vergiss immer Schiff zu drücken. Nicht Fickdick, sondern Fickdick. Fickdick. Man kennt ja schon meinen Fickdick. 2 Millimeter Nachkampfstachel. Ach. Oh, Entschuldigung. Habe ich ihn ja fast kleiner gemacht, also schnüssen. Ich mache... Hey! Ho, 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 ho. Was ist denn? Ähm... Ho, 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 ho. Ha, ha! So, ich brauche noch irgendwo Water. Selbstwurst Water! Wo? Wo? Im Wasser! Achso, danke! Bitte! Das hilft mir nicht weiter! Oh, hier ist Wasser. Du hast recht, im Wasser war Water. Heftige Scheiße, ne? Ja. Nyaaah. 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 Ey, wieso kriege ich das nicht auf die Reihe, diese Scheiße hier hinzubauen? Versuchst du mal einfach schön zu bauen. Vielleicht geht's besser. Ich versuch da auf meine Maut zu halten, vielleicht. Hilft das? Ne, weil du sagtest, wieso kriege ich die Scheiße nicht? Dann musst du vielleicht mal ein bisschen positiv denken, ne? Bisschen deine Arschback zusammenkneifen, dann wird das schon. So, jetzt werde ich das Haus von außen dekorieren. Vielleicht hier... Hängt aber irgendwie ein bisschen falsch von da drin, ne? Egal, so kann man das auch machen. So, warum ist hier eigentlich nichts? Nichts. Ja, hier ist wirklich einfach nichts. Ja, läuft, würde ich sagen. Warte mal, ich hätte jetzt innen oder außen gemacht? Einfach mal ne Holzverkleidung hier. So, hier auch. Auch wenn's ein bisschen... Äh, wir müssen beenden. Du musst beenden. Oh nein, Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang Amadeus, das ist das Schlusswort. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Okay, dann... Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss, Leute. Habt einen entspannten Tag. Maul. Tag. Bye. 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 Bye.